Assalamu alaikum Jennifer. Hallo, Assalamu alaikum. Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Ich hab hier den Namen Aisha. Inshallah, alhamdulillah, mir geht's gut. Heißt du jetzt Aisha, ja Jennifer? Genau. Okay, dann nenn ich dich Aisha, das ist ein wunderschöner Name. Das war die Frau vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben von deiner Konvertierung gehört und wollten natürlich die Freude mit dir gemeinsam teilen. und vielleicht zwei, drei Wörter zu dem, wie du zum Islam gekommen bist, Aisha. Ich sag gerne, meine Kinder sind im Hintergrund. Kein Problem, ich kenn dieses. Ich hab selber fünf Lande. Deswegen bin ich oft verreist. Bitteschön, Aisha. Also ich bin vor fünf oder sechs Jahren schon konvertiert. Maschallah. Aber gerne, ich möchte gerne so ein Zertifikat haben, dass ich nach Mekka gehen kann, inshallah. Und ich bin eigentlich in den Islam gekommen, weil ich mich gefragt habe, so viele Sachen und ich hab keine Antwort bekommen. Also ich hab mir so viele Fragen gestellt, hab auch viele Videos angeguckt von euch, von Pia Vogel. Und da hab ich einfach dann die Antworten bekommen. Und mein Mann hat mir auch sehr viel geholfen und hat mir dann auch gesagt, irgendwann, jetzt hör mal nur auf dein Herz. Lass das Verstand weg, dass du Angst hast. Dass du, ähm, ja, weil man hat ja irgendwie Angst, sich gegen seine alten Glauben, man gibt ja alles auf. Man gibt sein komplettes auf. Man gibt, ähm, man weiß, man stellt sich gegen seine Familie, man weiß, es wird jetzt einfach schwer, ne? Und ich hab dann nur auf mein Herz gehört und dann hab ich Alhamdulillah zum Wahrenglauben gefunden. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und es war auch nicht mal so schlimm. Also meine Eltern haben das super akzeptiert. Die haben da gar nichts dagegen gemacht. Und bitte, bitte mach du ab, dass meine Familie zum Islam kommt. Möge Allah deine Familie recht leiten. Möge Allah ihnen die Wahrheit ins Herzen legen. Und möge Allah ihnen dieselbe Süße im Islam finden lassen, wie er sie dich finden gelassen hat. Amin. Amin, vielen Dank. Das ist mir nämlich sehr, sehr wichtig. Inshallah. Dann sprechen wir jetzt das Glaubensbekenntnis aus. Inshallah. Mhm, gerne. Ashadu. Ashadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ich bezeuge. Ich bezeuge. Dass niemand mit Recht und Wahrheit. Dass niemand mit Recht und Wahrheit. Angebetet werden darf. Angebetet werden darf. Außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Allahumma wa ashadu. Sehr schön. Das hat uns gefreut, Aisha. Und diese Konvertierung sollte, Inshallah, das Beste sein, was du im Leben gemacht hast. Und stell uns bitte einen schönen Gruß an deinen Mann. Und möge Allah, so shall, eure Ehe segnen, euch viele gute, tugendhafte Kinder geben und euch im Paradies vereinen. Amin. Amin. Vielen Dank. Danke sehr. Ich möchte Allah euch segnen für die Arbeit, die ihr macht. Amin. Ihr macht echt gute Arbeit. Amin. Deine Zeit, Sir. Aisha, wir danken dir für dein Gespräch. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin. Vielen Dank.